Willkommen in Mango, ein Programm für Produkte Perlglanz. Bei mir ist Frank. Hallo Frank. Hallo liebe Zuschauer. Frank zeigt uns jetzt den spannenden Ort für Rower. Was hast du denn damit gebracht? Ich habe ein Reinigungsmittel mitgebracht, wo ich sagen muss, Justyna, da hatte ich als Kind immer Schwierigkeiten. Und zwar, wir mussten immer unsere Fahrräder putzen. Und musste viel putzen und dann immer diese... Das machen die Männer aber gerne. Ja, nein, 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 das ist immer so relativ. Man putzt zwar gerne, aber auch aus Notwendigkeit, weil man ja seine Werte pflegen möchte. Mhm. Środek do trzschenia rowerów. Każdy chlopiec kiedyś, na pewno... Każdy starszy, teraz chlopiec na pewno pamięta, ile czasu spędzało się kiedyś w garażu na trzscheniu rowerów. Teraz tych środków czystości jest coraz więcej, ale my mamy taki, który na pewno wyróżnia się jeszcze bardziej spośród tych nowoczesnych środków do trzschenia rowerów. Also, wir fahren lieber, wie das wir putzen. Und deshalb haben wir von Perlglanz ein Reiniger erfunden, dass wir mehr fahren, wie putzen. Weil der macht's alleine. Mając w domu taki środek do trzschenia rowerów, na pewno będziemy więcej na rowerze jeździli. Dłużej na rowerze jeździli, niż go czyścili. Ponieważ rzeczywiście teraz jest to dziecinnie łatwe i właściwie rower czyści się sam. Już Wam pokazujemy, w jaki sposób. Und wir kennen das problem ja, bei den Fahrrädern, wie bei motorrädern etc. Ja, also, ich mein, wenn man so eine richtige mountainbike-tour macht, ja, dann ist das schon extrem, dann sehen die Räder wirklich so aus. Und da ist dann wirklich viel, viel Arbeit dahinter. Und da haben wir mit unserem Zweirad Reiniger die Chance, mal sauber zu machen, ohne zu putzen. Tak wygląda rower po dłuższej wyprawie, albo po wyprawie deszczu, albo po prostu kiedy pojedziemy w góry. Und wenn du jetzt hier schon hinschaust, dann erkennst du, wie unser Fahrrad Reiniger schon selbstständig die Verschmutzung löst. Das heißt, wir machen nichts anderes. Können wir kaffee trinken? Können wir auch ein Bier trinken? Ich mag ein Bier. Okay, das ist ja schon gut. Gut. I was et das, meine Damen und Herren, zobaczmy. Właściwie to rower sam sie czyści, a my możemy spokojnie iść na kawę. Samo istnie się czyści. To jest właśnie słowo, które wspaniale pasuje do naszego produktu. Samo istnie czyszczący środek do rowerów. Genau. Und wir müssen ja jetzt noch betonen, ich habe hier einen reinen aluminiumrahm, der nicht lakiert ist und aluminium ist sehr, sehr empfindlich. Und wenn man dort zu agressiven Reiniger nimmt, wird das aluminium blend. Das ist, ta rama ist wykonana z aluminium, nie ist lakierowana, więc w ten sposób możemy też od razu pokazać Wam, że ten środek jest również do ram aluminiowych, do delikatnych tworzyw. Nic tutaj się nie stanie z tym rowerem, nie zniszczymy powierzchni w tym przypadku. Okay. In Bezug daraufhin, jetzt ganz entscheidend wichtig, wenn der Reiniger gearbeitet hat, brauchen wir es nur noch mit Wasser abspülen. Ach so. Nicht mehr. Ja. Nie ma tutaj żadnego, jak widzieliśmy, nie ma tutaj żadnego schrowania, żadnego polerowania. Spryskaliśmy raz. Das ist jetzt leitungswasser. Das ist jetzt leitungswasser, da habe ich jetzt einfach so eine Drucksprühpumpe. Zu Hause macht man das mit dem Gartenschlauch. Ja. 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 Das war das, was mich als Kind geärgert hat, jede einzelne speicher abzupuzen. Das war eine Sauarbeit. Ja. 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 Ein wichtiger Tipp, wenn die Sonne scheint, gehe ich noch ein Bier trinken, weil dann trocknet es selber. Ansonsten wird das Ganze einfach nur mal zwischendurch abgetrocknet.